Musik Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Airplayer. Und heute, ihr habt mir bisher jetzt immer noch nicht gesagt, ob ich die eklige Trink-Challenge machen soll. Ist mir jetzt auch relativ scheißegal. Ich mach sie jetzt einfach und ja, auf jeden Fall sind unsere Zutaten hier auf jeden Fall Gurkensalat, davon nehmen wir nur das Gurkenwasser. Und auf jeden Fall haben wir dann auch Multivitaminsaft, normales Wasser, davon haben wir die ganze Zeit Bodyflips gerade gemacht. Hier so ein Aktivschorle mit Pfirsich-Melonengeschmack. Und dann hier in der Tasse drin, das zeige ich euch jetzt, geht das? Ja, das ist halt so ein Kirschwasser. Dann haben wir hier halt Krümeltee drin, als Zitrone. Und die letzte Zutat ist Milch. Und auf jeden Fall wünsche ich viel Spaß. Hier sind unsere Dings. Und wieder mit Tim. Karin. Und auf jeden Fall nehmen wir uns jetzt erstmal unseren Becher. Wir müssen so sitzen, wenn wir die Kamera. Und auf jeden Fall würde ich sagen, Lego. Wir haben hier Kotzkippen. Okay, ich ziehe als erstes. Und er zieht als erstes. Oh mein Gott, Leute, es wird heftig. Aber okay. Ich hab Gurkenwasser. Was hast du? Oh mein Gott, er hat Gurkenwasser gezogen, Leute. Oh mein Gott. Scheiße, ich fülle dir rein, okay? Ey, ja, mach. Es war mir so klar, dass ich direkt Gurkenwasser ziehe. Oh mein Gott, Alter. Hier, damit sie auch schlafen. Mach aber nicht viel. So leicht. Ja, schön drinne. Ich durfte es hier. Ey, ich drücke sie easy auf Ex, aber klar. Ich fang gleich weg hier. Nein, noch nicht jetzt. Erst wenn alles gemischt ist nachher. Ach so. So, Leute, jetzt ziehe ich hier. Ich hab die Milch. Jo, ein bisschen scharfen. Man kann daraus was machen, aber... So. Ja. Schöne Milch drin. Auf jeden Fall, weiter geht's. Tim ist dran. Er wird nicht, es ist bestimmt jetzt wieder so ein Scheiß. Er hat Mutti Vitamin Saft. Scheiße. Das schmeckt gut, aber richtig. Wo sollen wir die hin machen? Ach, da rein. Guck mal, damit wollte ich mich der Wiese aufbauen. Lecker, lecker, lecker. Okay, auf jeden Fall es geht. Weiter, weiter. Warte, Dika. Hast du Wasser? Ach nein, ich hab noch nicht mehr gezogen. Leute, sorry. Ich bin irgendwie so richtig aufgeregt gerade. Und ich hab Wasser gezogen, Leute. Eiskalt Wasser. Ich hab Wasser in der Hand gehabt und gezogen. Ich sag mal Milch mit Wasser. Jo, kann man trinken. Hier Wasser. Damit man sieht. Okay, Leute. Zwei Zutaten sind noch. Scheiß. Alles klar. Zitronen Eis. Nee. Was ist das? Krümmeltee. Das. Zeige nochmal an die Kamera, dass du es auch rein machst. Das ist da. Krümmeltee. Hier. Der Schimmel. Wo ist mein Böscher? Hier. Mach nicht zu viel. Okay. So, Leute. Jetzt gibt's nur noch Kirschwasser. Oh. Wie schmattiger. Oh. Ich schwöre, das ist aber eigentlich ganz in Ordnung. Jetzt gibt's jetzt noch Kirschwasser oder Mango-Pirsichwasser. Und das mit Milch, Leute. Ey, du wirst bestimmt... Du hast so ein Glück, Digga. Du hast einfach dieses Kirschwasser. Nein. Ich hab die Aktivschorle, Leute. Ich hab die Aktivschorle. Die Akt... Wartet mal kurz. Und ich mach kurz Pause. So, Leute. Da sind wir wieder. Ich hab diese... Dieses Kirschwasser hat Tim. Ja, Digga. Und ich hab die Aktivschorle. Milch mit Wasser und Aktivschorle. Auf jeden Fall richtig lecker hier. Mach alles rein, oder? Würde ich nicht. Ja, okay. Dann mach halt schon so. Ey, Digga. Wer fängt an zu trinken? Keine Ahnung. Du hast nur ein Glück, ne? Ich hab Milch mit Wasser und... Aktivschorle. Mehr Fruchtgetränk für sich Melonengeschmack. Digga, ich muss das alles austrinken. Was soll los, Alter? Wer am meisten schafft, Digga. Oh mein Gott, Digga. Mein Herz grad. Ich schwör, Leute. Ey, Leute. Ich muss Tüte bereit halten. Milch mit Wasser und Mango-Dings. Er hat Gemüchwasser mit Multivitaminsapp. Digga, du musst alles auf extra. Zitronen, Tee und... 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 Ich schwör, mich schwör. Und guck. Fies, Digga. Ey, Leute. Lego. Oh mein Gott. Schön, Leute. Schön. Alter, ich hab's schüssen. Schüss, ja, Digga. Prost für euch. Ich schwöre, Leute. Mein Getränk, ich bin ehrlich, schmeckt echt gut. Das schmeckt so... Sorry, aber... Das schmeckt nach Mango mit Milch. Mango-Milch. Ich sag nur, Prost, Ayran. Alter, ich wäre fast gestorben. Okay, Leute, kommt. Ich mach... Ich... Wie soll man... Ich hab jetzt getrunken, ihr habt gesehen. Ich stell jetzt ab. Ich schwör, du bringst... Jetzt macht er. Jetzt macht er. Bring du nochmal. Ich will nochmal sehen. Alter, meine Augen drehen. Ja, komm, Digga. Halt mal Tüte kurz. Ja, falls du kotzen musst. Trink. Shit, Digga. Trink, Digga. Komm. Ich muss kotzen. Uah! Okay, Leute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich muss es jetzt auch kosten. Jetzt kann er mal mein Eirat trinken. Und... Oh, mein Gott, Leute. Welche Seite... Oh, mein Gott, Leute. Welche Seite hast du getrunken? Nimm mal einfach. Egal. Oh, mein Gott, Leute. Da sind sogar die Kurkenwasser... Oh, mein Gott. Ey, ich werde sterben. Egal. Oh, mein Gott. Ich probiere. Gurkenwasser mit Zitronentee. Ey, Alter, das schmeckt gut, Mom. Ja, das ist wirklich... Ey, Leute. Gebt mir mal einen Daumen nach oben. Ich habe einfach Mango-Ei rangezogen. Du wirst... Ich habe das Leckere gezogen. Du wirst... Du wirst... Aber, Leute. Jetzt kommt das Ekligste. Ich muss auch probieren. Oh, mein Gott, Leute. Egal. Ey, Leute. Das schmeckt irgendwie gar nicht mal so schlimm. Du bist ein Verarsch, Mann. Trinkt... Wer trinkt so viel, wie du willst? Ja, ich habe gerade so das Gurkenwasser, weil das ist ja saure Gurke. Das hat erst so nur nach Gurkenwasser geschmeckt. Und da kommt der Multivitaminsaft. Und davon musste ich gerade kotzen. Also nicht kotzen, aber... Jo, Leute. Auf jeden Fall. Wir sind durch. Ich sag mal, es war jetzt kein Gewinner. Wir haben keine Challenge gemacht. Wir haben jetzt einfach nur... Wir halt... Wir haben halt einfach mal geguckt, wie es so ist. Auf jeden Fall. Wenn euch es gefällt, macht Daumen nach oben. Sprengt mal ordentlich den Like-Button. Und auf jeden Fall kommt der zweite Teil mit noch eklischen Sachen. Noch eklischen. Ja, meine ich ja. Sorry. Beste Deutsch heute wieder. Und ja, auf jeden Fall. Werde ich mich freuen, wenn ihr ein Like gebt. Gebt mir so an die 10 bis 20, 30 Likes. Wenn sogar, weil ich habe ja 80 Abonnenten. An die 50 bis 80. Boah, wenn ich das kriege. Oh mein Gott. Ich freue mich dann einfach und so. Auf jeden Fall. Ich sag mal so. Ab 30 bis 50 Likes. Kommt der zweite Teil richtig heftig. Da kommt richtig viel trinken. Egal was wir halt haben. Irgendwelche Soßen, die wir im Kühlschrank haben. Sprich Chili-Soßen oder so. Und einfach irgendwas. Alles. Alles. Obst. Was weiß ich. Alles. Die wird so heftig, Leute. Deswegen sprengt ordentlich den Like-Button. Und auf jeden Fall. Hoffe ich es hat euch gefallen. Und wie gesagt. 30 bis 50 Likes. Und es kommt der heftigste Teil. Und zwar der zweite Teil. Und der wird noch heftiger. Und ja. Auf jeden Fall. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich sag mal. Es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe es hat euch auch gefallen und unterhalten. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Euer Airplayers raus. Ich find's nochmal kurz euer Airplayer. Ey. Guckt mal hier die Milch. Warte mal. Wo ist die in Kamera? Kimi, geh doch mal da weg. Ja. Guckt mal wie die jetzt aussieht. So richtig krümelig. Ich hoffe ihr sieht es. Kimi, geh doch mal auf jetzt mal. Richtig ekelig. Egal. Wir haben ja gerade die Challenge gemacht. Und auf jeden Fall. Ich lade es jetzt hoch alles. Und ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich wollte euch nur mal kurz die Milch zeigen. Und ja. Ciao. Ciao. Ciao.